Also ich freue mich, euch unser Unternehmen P&E Power & Energy vorstellen zu dürfen. Wir sind überzeugt, dass wir mit unserer innovativen Leistungselektronikplattform für Batteriespeicher die Transformation eurer Produkte hin zur All Electric Society erheblich vereinfachen können. Viele Unternehmen von der Automobilindustrie bis hin zu Spezialmaschinenherstellern stehen ja im Moment vor der Herausforderung, um Batteriespeicher in die Produkte integrieren zu müssen. Und da fehlt halt häufig das Know-how. Da wollen wir weiterhelfen. Wir wollen wirken wie ein Katalysator. Wir wollen den Energieaufwand reduzieren, der für Batteriespeicher nötig ist. Und wir wollen diesen Prozess, diese Transformation auch beschleunigen. Dafür geben wir jeder Batteriezelle ihre eigene Leistungselektronik. Das hat den Vorteil, dass schwache Batteriezellen ganz aktiv weniger stark belastet werden können. Und das steigert die Lebensdauer eines solchen Batteriespeichers. Wir realisieren unsere Leistungselektronikplattform in Form einer Leiterplatte, die schon alle nötigen Komponenten einer Leistungselektronik integriert, also ein wechselrichter, ein Batteriemanagementsystem. So sparen wir Platz und Gewicht und Systeme werden auch günstiger dadurch. Vor allem aber ermöglicht natürlich eine Leistungselektronik auf Zellebene einen softwaredefinierten Ausgang, also Wechselspannung, Gleichspannung, jede Spannungsform, die eure Produkte ebenso benötigen. Das reduziert dann den Bedarf an zusätzlicher Leistungselektronik und so steigern wir die auch die Effizienz. Und unsere Systeme sind auch für Personal ohne spezielle Ausbildung besonders sicher, denn im ausgeschalteten Zustand liegen da nie gefährliche Spannungen an. Unsere Plattform ist sehr stark skalierbar, aktuell bis 1500 Volt und 200 Ampere und gemeinsam mit unseren offenen Software-Schnittstellen erleichtern wir es so, sie auch in eure Produkte zu integrieren. Jetzt haben wir erfolgreiche Langzeittests hinter uns und sind an dem Punkt, wo wir erste große Kundenprojekte umsetzen können. Und da gibt es drei Dinge, die ihr bitte mitnehmt, nämlich erstens, durch die reduzierten Herstellungskosten und den günstigeren Servers habt ihr einfach wirtschaftlich mehr Spielraum. Und die beste Effizienz und Lebensdauer führen dazu, dass eure Produkte einen echten Marktvorteil haben. Und zu guter Letzt, damit das Ganze schön schnell geht, helfen wir euch bei der Integration unserer Lösungen in eure Produkte. Vielen Dank. Tausend Dank, Jens Hassenflug. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.